hallo jetzt wieder spiel kollegen leidtakt ist tv hier mit dem inzwischen leute part so eine sekunde ok passt gut dann beginnen wir jetzt mit den nächsten missionen wobei wir können erstmal geld transfer machen aufträge der große genau beweisstücke die mission so 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 und schließen beweismittel ab damit wir wahrscheinlich zu einem der missionen kommen die zum finale bringen weil er jetzt ja gemerkt haben ich war jetzt kein so großer fan von 10 so ich hoffe ich dass das spiel die menschlich noch bald vorbei ist ok 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 jr stundwort jr got kev where you at just outside the lancelot casino we're on our way hurry lancelot casino is that the place with the mead and meat and meat yeah i think so i hear their turkey legs are amazing you should check it out when things come down lancelot jr So, dann retten wir ihn mal. Ja, wenn die Alte nicht aufsteht, kann ich ins Einsatzgebiet zurückkehren. Danke. Ja, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. So, da hinten. I ain't got nothing. I got other places to meet. JR, where do you keep your records? We can't let the task force find them. A place called Happy Cat Self Storage, over in the flats. All right, I'll destroy everything, linking you to the Saints. Kev, you keep JR safe. Got it. Okay, dann bringen wir mal Sicherheit, dann auch zum Lagerhaus. Und wie gesagt, ich habe das letzte Part schon oft genug gesagt, deswegen werde ich jetzt nicht wieder rumheulen, wie ein Stück langweilig die Saints so schnell, weil ich schon finde. Aber ich hoffe, dass dieser Part der letzte ist. Ansonsten müssen wir noch einen zehnten Part machen. Aber wie gesagt, Leute, es ist lachhaft, was 2020 noch für Spiele rauskommt. Also 2020 noch für Spiele rauskommt. Stellenweise ist es nur noch ermügt. Also wie gesagt, aber ich werde es abschließen, weil ich alle Let's Plays abschließe, bis auf ein Oddworld, weil das Ende so abfuckbar, habe ich alles abgeschlossen und das wird Okay, das war's. Okay, das war's. Fuck, the task force is already here. Ich hoffe, ich kann alle JR's Files bevor die Kops finden. Es ist die Helle. Purple shirt. Super, da ist es. Adios. Worst filing system ever. Oh, yeah. So, eins. Halfway there. Thank God for no digital backups. Gotta race these assholes to the evidence. Almost done. Okay, das war ein bisschen zu heavy. Hier wird das telefoniert. Okay, das war ein bisschen zu heavy. Hier wird das telefoniert. Puff. Ach, wo ist denn das letzte Weihstück? Ach, Verzeihung. Ah, ja. Ja, perfekt. Dann haben wir es ja noch geschafft. There. That was everything. JR's records are nothing but ash. Und wieder ein Hubschrauber runter. Ah, super. Okay. Okay, das ist ein Hubschrauber. Hubschrauber. Hey Megatai! Das war schon ein Qualstück, okay. So, die Mission wäre länger. Gut, dann können wir jetzt in dieser Hinsicht den Zugraub starten. Juhu! So, jetzt müssen wir noch den Zugraub bleiben. Oder auch nicht. Das ist jetzt nicht wahr. Machen wir das. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße, die das Spiel abzieht. Diese ganze Spielstreckerei. So, wir kümmern uns jetzt direkt um den Zugüberfall. Wiederspielstreckerei. Wir müssen wieder das Imperium aufbauen. Ich habe bald keinen Bock mehr. Also, ich bin kurz davor zu sagen, wir brechen ab. Komm treatments. Wiem. Ja. Wiem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich könnte ein Performance-Bone für ihn sein! Problem. Marschall lockt die Trenn ab. Ich hab die Hotwire die Doors. Good thing I used to work for these assholes. Wir sind nah dran. Hang in da. Shit! Nina! Stay back! They've got a turret! What is your plan now? Um, get in close and try to Hotwire it? Yeah, yeah, call that Plan D! Unauthorized entry detected. Screw Hotwiring. I can take out these control servers. System malfunctioned. Defense turret offline. Dirt down. You can bring in the Nawali now. Closing in. Gotta keep moving. Looks like they're up to something a few cars ahead. Nice. Don't mind me. Just pass it through. What the hell are you doing? Oh! Ah! Take a couple of the train. Nina, I need a lift. I have to drop off of Nawali and come back for him. Do it! Is that plan E? Technically it's plan B again. This is no time for whiteboards, Eli. Damn. I'm here! Hop on! Okay. Let's catch that train! Let's catch that train! Is that-? Oh shit! PONTANOS! Take the train! Find the money! Kill anyone needs a way! I'm gonna need the Nawali. Fast! I'll drop you off and get him. What are you gonna do? I guess... Plan E? Where are they coming from? Damn on! This war is ours! I warned you, Marshal! And you, Sakes! leri Das Nobody robbed this train, but the- Ugh! This train is no match for my trucks! Ah! Ugh! Okay, good. Ich hasse es, wenn man hinter mich ist. Er wird nicht mehr ausgewickelt. Was für eine blöde... Ich muss nicht beherrscht, das wollte ich so sagen. Okay. Das ist was passiert, wenn du fuck mit Silvio. Das ist was passiert. Das ist was passiert. Aber ich habe mich gewonnen. Oh, komm. Didn't we blow up all these fucking trucks? You think you can ride the rail, saint? An extra share to anyone who brings me the head of one of the saints. Two shares, two shares in this Minas. Oh, yeah, you hear that? My head's worth twice the rush of yours. Really wouldn't mind the Nuali about now. That ain't incoming. Stay on, demon. Welcome to the pain. Mina, any ETA? Not yet. Dealing with Fonteros here, too. Headache incoming. Let's just say I eat his face. We're almost there. Watch yourselves. Serge is still around somewhere. He's already out the blood. Let it come. I'm past ready to boss battle that crap sack. Okay. aten me through. Let it go. Uh. You're definitely cops. Ja, nein, nein, du bist... Killed ihn pretty hard. Es war nichts. Ich weiß, ich habe einfach gedacht, ich wäre derjenige. Du wißt du, es ist gut, es ist alles gut. Los geht's, wir gehen unsere Geld. Get mich aus hier, ich brauche dich zu holen. Ich bin nicht schlecht. Ein anderes Turret, folgt meine Leid. Ich weiß, wie ich mich gegen Marshal. Ich weiß, wie ich sie schreit. Anybody else want their heart cut out? Whatever, Will. That money's under the protection of Marshal Defense Industries. Take cover! Over here! Slow. Move it! Ah! Hey Nawali, you ever rob a train like this before? On foot, I mean? Yes, once. In the Andes. It was touring a blizzard. So the footing was more treacherous. Another one down. Nice and close. Hey, 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 hey! Yeah, that was crazy. Okay, kids, then again. Zemma! Okay. Zechma! I think I can see the church from up here. Hey Nawali, you ever rob a train like this before? Benderdodge. On foot, I mean? Or as if you couldn't. Yes, once in the Andes. It was touring a blizzard. So the footing was more treacherous. Stop hiding! Extra jet bikes. Perhaps we can use these to make our escape. Gotta find the money first. It always pays to have an escape plan. Look out! Seal the car! Split them up! Nawali! Yeah. I mean, that's not right. What's going on? We got split up! I lost with Nawali. Nawali! Nawali! Come in! Over! We bet we that he told us. Is he ok? Or do you think he bailed on us? He wouldn't do that, right? Oh! What's going on? You! Why are you fucking ninja? Okay. No! Die ist klar. Ja Mädchen, wenn du zu lange zum Nachladen brauchst du der Diesel in den Tod. Blöde Kuh, ey. Fummelt sie mit der Waffung. Mein Gott, lad nach, ey, wenn ich dir das befehle. Meine Fresse. Ich hasse es, wenn man hinter mir steht, weißt du das? Du denkst, er hat uns verletzt? Er würde das nicht machen, richtig? Guck! Guck! Show'em was we can do! Ich will ja dies lange nachladen. Ich hab keine Zeit dafür, Mädchen. Oh! So, ich warte! Ich warte! Okay! Ich warte! Das ist die Weg. Ich warte! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Natürlich lebt er noch zwei von den Fahrzeugen, natürlich. Okay. Okay. Das war's für heute. Wir sehen, wie wir es gemacht haben. Ist das genug, um die Crew zu verhören? Du bist richtig, das ist. Du kannst sogar noch genug, um zu kaufen, um ein paar Stemware zu kaufen. Dann würden sie nicht Mugmosas sein. Danke für deine Hilfe. Danke für die Knife. Ich denke, was ich gesagt habe. Ich werde. Und wenn ihr euch etwas braucht, einfach mal. Er war ein schöner Mann. Ich wollte ihn sehen, dass wir ihn gehen können. Er schwarzt aus Sergios Herz. Okay, er war ein intenser Mann. Ich wollte ihn sehen, dass wir ihn gehen können. Hey, wir hatten einen großen Wunsch heute. Wir sollten etwas unresponses, um zu feiern. Und dann hätte er wahrscheinlich den Punkt zum Anfang des Spieltugels gefeiert. Mit Geld spielt man nichts. Wir müssen uns nicht töten Kev. Ich war in der Moment. Du schulder Mann. Ich bin so sorry, Kevin. Bist mir einen Stand-Mixer und alles ist vergeben. Deal. So, das müsst ihr nicht sich Knete gegeben haben. Okay. Dann machen wir die nächste Aufgabe, weil ich habe keinen Bock, mein scheiß Imperium-Spiel weiter aufzubauen. Gucken wir mal, ob wir die nächste Aufgabe machen können oder halt nicht. Okay. Weil das hier zum Beispiel sehe ich nicht ein. Das ist reine Spielsteckerei. Mal gucken, ob wir das irgendwie skippen können oder direkt zum Showdown kommen können. Wir gehen zur Kirche. Mädchen, ich bin bei der Kirche. Okay. 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 Wir haben den Namen, den Raum, den Logo, die Arbeit. Und wir haben den verdammt Geld. Ja! Das bedeutet, dass es eine Sache im Weg gibt. Wie machen wir ein Statement? Wir haben nur einen Geld-Money-Train und haben Sergio in einem besonders horribles Fassion. Oh, also du hast Sergio aus dem Hörst. Ich war da für die Unterstützung. Es geht nicht um, weil die Worte auf die Straße ist, dass das Nawali eine eine Einwirkung. Die Saints haben keine Schmerzen von der Heist bekommen. Also, wir brauchen etwas, was uns als Institution erstellt. Okay, also müssen wir etwas machen, das sagt, wir sind nicht woanders, komm an uns. Genau. Wir holen den Hummingbird-Kodex. Marshal wollte es schützen. Panteros und die Idelten wollte es holen. Und wenn es nicht für dieses Buch war, wir würden nicht die Saints formen. Es sollte uns sein. Ich mag es. Wie machen wir es? Ich meine... Ich dachte, wir gehen einfach mit ein paar Schmerzen und töten von allen. Aber wenn wir ein paar Heist-Movie machen wollen, dann kann ich damit arbeiten. Ja, das ist cool. Das ist gut. Okay. Dann zum Boothaus. Und als Statement setzen, wie Cash House gesagt hat. Ich denke, das Codex ist wahrscheinlich da, weil es nahe zu dem Museum ist. Und es ist praktisch neben uns? Ich weiß. Die Codex wird das einfache, die wir schon gemacht haben. Ja. Dramatische Musik und nicht auf. Wir sehen uns. Ich habe nur noch viele Einsen gemacht. Ja. Wommer. Ich habe das. Das ist nicht vorbei. Hey, neons Arschlöse. Wir werden die Kodex zurückbekommen. Nachdem es... ...zulgen... ... von anderen Menschen. Ich kann mit meinen Händen. Super, da. Seid ihr euch. Der Kodex wird sein. Der Kodex wird sein. Das ist der Traitor. Ich nehme meine Flystriker. Die Saints sind hier. Steal deine Scheiße. Der Kodex ist hier. Die Zaunen von Dramatio. Die Töne von Dramatio. Die Töne sind hier. Der Kodex wird sein. Der Kodex wird sein. Da. Okay. Bottom of those stairs and it's clear sailing from here to there let's go get it Okay. Es ist okay. Ich kann das nicht abwschwenden. Wahrscheinlich. Hurry up. Marschall Training? Marschall Training? Got it. Those fuckers almost fucked us up. Then we better fuck them up twice as much to make our statement. You mean find the Codex and bust some serious heads? Hell yeah. Hell yeah. I don't think the bomb went off. So we do this the fun way. Die werden uns einfach hier drin lassen für die nächsten Tage und wir werden einfach verhugert. Aber naja, ich möchte die Logik von Videospielen nicht so sehr anzweifeln. Ah! Ah! Fucking brutal! Oh! Let's see. If the Codex isn't here, where would they have taken it? They didn't just move the Codex. They emptied this whole place. So, how do you empty a boathouse? Of course! The Collective's yacht! It's like their HQ. I bet they transferred everything there. Then that's where we're going next. There's some jet skis out there. We can grab one of those. The idols won't shoot at their own jet skis. This is going to be an epic statement. That yacht's guarded AF. Dude, did you just say AF? Yeah, it's an abbreviation. First, we only swear all the time. Second, it's only an abbreviation when you text. AF, that's fun. Dann jagen wir mal die Yacht zurück. Same number of syllables. Okay, fine. This is going to be an epic statement, because that yacht is guarded as fuck. And every last one of them is going to learn what happens when you try to blow up a sink. Hells yeah! In KF-STA 88.7 FM We're going to want a different way back. It's sucked to get the Codex wet. No worries. We'll home for a ride. Hey, Nina. Can you send a helicopter to pick us up in the Collective's yacht? Are you too crazy? Let me see who I can find. We can use those ramps to get onto the yacht. Ach du Scheiße. Okay, dann los. Ja, okay. Bill, Bill, jump! Äh, ja gut. Hat jetzt so geil jetzt nicht funktioniert. Let's go find the Codex. Here, take what we want. Just like you used to. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Go for this place! You tell everybody the Saints took your prize. Ah! 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 You got him. ... und zu schnauern. Blanken sie! Let's get them! Check to the left, die! You guys are there. Taking cover! Flanking the adversary! I'm sorry, did you think you were safe here? Hey boss, Nina sent me with the chopper. I'll just help her over till you're ready to go. Get your asses down here! You tanks are going in the fridge! No surprise there. The Codex is here! Yeah, let's make our statement. Down, down! I'm you! To light you up! I'm going to blow you up! Yeah, come! Mein Gott, ey! Du kannst später untockeln! So wieder! Got it! Fucking fucks! They nearly blew us up again! I say we return the fucking favor! Hell yeah! I got the Codex! Let's get this bomb to the bridge! Okay, so title for Boots! Run! Und zum Finale, doch war's heute! Aborten-Modus natürlich! Mein Gott, wie lange sie zum Nachladen braucht! Denn da könnte ich platzen! That's right! All right! Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Was ist denn, ich brauchst du zum Nachladen, Mann? Wir sollten wahrscheinlich rauskommen, bevor die Bombe rauskommt. Okay, ja. Man könnte auch einfach von der anderen Seite der Jacht ins Wasser springen, aber man muss ja spektakulär machen, ne? Hells yeah! I'm gonna head for home. You give him a reason not to follow us. You still haven't learned not to suck with the saints? I'm gonna head for home. 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 You don't have to be better. Whatever it is you fucking know they got to be chicken and you're super mad again. Look at the name I smacked from a nigga to Mike. That nigga's character. You're a good actress. What's gonna be the alpha? Let's go out of my back. Go out2. Oh go out2. Oh, 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 oh. You're just embarrassing yourself now. Brace yourself, jump! Oh. That's right. Let's go. Filled off. We're good now. So, what would we say? Huh? When? Just now, before the jet skis and stuff. Uh, probably that we were awesome, stole the codex and fucked up collective HQ. Yeah. I'm sure that was it. Talk about a goddamn statement. Hell yeah, buddy. Oh yeah. Das war mehr als ein Statement. Who messes with the saints? No one. I said, who messes with the saints? No one. You're goddamn right, no one. The saints aren't a flash in the pan. We're here to stay. Yay. But it belongs to all of us. It belongs to anyone who dreams of making something of themselves and are fucking tired of the world trying to hold them back. Life is hard enough without having to deal with little managers with no discernible talent telling you how to do your job. Without having to deal with assholes, who've had every opportunity handed to them, but never had to fucking work for a single one of them. Without being told that your time will come. You just have to wait. Be patient. Well, let me tell you something. We're fucking done waiting. We all did the work. Now it's time for us to reap the benefits. Kev, I think it's time you throw us a hell of a party. So. Da wieder Geld und Erfahrung. Und wir haben den Codex. Aufträge. Was können wir machen? Okay. Wir starten über die Mission. Allerdings machen wir die nach einer kurzen Pause. Gleich geht's weiter. Und absenteils noch auf. Mal. Aber dann wird die Mission. Mal. Bliht. Vrech. Mal. Mal. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Unglaub, Okay. 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 Hallo. Ich bin... Ja? Alles schreckt mich auch ab, puh, 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 okay. Ich muss zugeben, dieser Speed, dass man so ne Passrolle macht, kann ich schon ganz nice eigentlich. Okay, dann Skulptur Nummer 2. Okay, 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 okay. Oh, I don't need the money, hon. I'm sure you don't, but... But I do need the cactus. Oh, it makes a great place to hang the kids swimsuits on summer days. Sorry. What the fuck? She's gonna rust out the frame, hanging wet shit on it. That's not how you treat Arcs. So, we'll be taking this one as well? Looks like. Okay. Zum Teil kann ich Nena da an diesem Punkt auch verstehen. Stell' euch mal vor, ihr holt euch ne teure Collectors Edition von einem Videospiel, nur als Beispiel jetzt. Und dann wird das an Kinder oder so verschabelt. Weißt du, dann denkt man sich auch nur trocken. What the fuck? Damit geht man vernünftig um. Von moderner Kunst, jetzt mal im Wildlife gesprochen, jetzt mal ganz so schweigen. Du kannst nicht ein Goya oder ein Picasso so respektlos behandeln. Und das ist die Ignoranz der heutigen Menschen zum Teil auch. Mein Gott. Danke. Okay, das war jetzt nicht der schlauste Move. Okay. Wenn der noch dran tut er. Naja, jetzt ist ja die Hälfte ja noch da. Mein Gott. Das ist okay. Ich kann es nicht fixen. Ja, die würde es auch nicht rausgeben. Wetten? Ja, ich habe auch gemacht. Wie kann man so mit Kunst umgehen? Wie gesagt, diese Ignoranz. Ich meine, es ist immer noch Saints Row. Es ist immer noch komplett nicht ernst zu nehmen, was wir hier alles gerade tun. Aber trotzdem, da hätte ich auch gesagt, darauf geschissen, klauen wir es. Wenn die Banausen es nicht zu schätzen wissen, dann greifen wir halt zur anderen Mitte, ne? Wer kurz dich zu schätzen weiß. Das war eine Schmutzung. Das ist eine Schmutzung. Okay, good news, we're part of the art world. Bad news? As art thieves. Fuck that, we are our liberators. Now drive! The cow! Fuck off, my friend wants this cow. Possession of the stolen cow! Ja, da muss ich jetzt am Briefkasten hängen bleiben. Ach guck, was will das Spiel mir hier erzählen? Look, Nina, pigs chasing a cow! Get it? Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Was will das Spiel mir hier erzählen? Let's not wanna war with the saints over some asshole cow! I'm really sorry they didn't go down the way you wanted. Nah, those people weren't really art collectors. They were just assholes. I'll make it into the art world for real soon enough. At least I've got the Fisher pieces I always wanted. And I'm gonna treat them right. I mean, once I repair all the damage we did, liberating them. Alright! Alright! Okay! Das weißt, wir die Party. Das heißt, das ist die Party, die wir im Prolog gesehen haben. I'm setting up for the party. The word on the street is the idols are in total disarray now that we blown up their yachts. The anarchists are in a state of chaos, huh? Who could have seen that coming? Looks like they've mostly gone to ground. For now anyway. Might be a good time to move in on their turf. Hey, Kev just showed up with the party supplies. Wanna lend a hand with decorating? Sure. How can I say no to streamers? Do you think we have enough crepe paper? Come again? Crate paper. Do we have enough? It's crepe paper. With a P. Really? Yeah, really. Sorry folks, party's over. Who the fuck are you? Chet Drummond, Marshal General Counsel. The Saints are now a wholly owned subsidiary of Marshal Defense Industries. Ha! Uh, no. The employment agreement you signed when we hired you contained a non-compete clause. I signed a lot of shit. I didn't actually read it. Not our problem. By attacking Marshal interests, to wit, the Frontier Prison, our cargo train, and various other assets, you became a competitor. So, what's your fucking point? Pursuant to Article 9, Section 12, Paragraph 36A, you have surrendered all rights and ownership of the Saints to us. Eli? Oh my god, he's right. Of course I'm right. I wrote the fine friend myself. Hm. Hätte ich auch gemacht. You are aware that I didn't solve the issue, right? Yeah, but he was being a dick. Hm. Hätte ich auch gemacht. Die selbstgefährdigen Penalty mit vertragen Paragraphen kommen. Hätte ich auch gemacht. Atticus things we're gonna roll over while he takes what we built? Fuck that. I'm declaring all out war on that asshole. Hell yeah. It's a revolution. I'll rally the troops. Tell everyone to meet us there. You know, Marshal won't fight this kind of war. They'll fight a war of red tape. You need to think this out. I have thought it out. I'm gonna fucking kill Atticus. It's all out coming. But that won't solve our problem. It'll solve my anger. This is a binding legal document. You can't just shoot your way through it. Maybe we try to use our words this time. Fine. I'll call Atticus and tell him why I'm gonna fucking kill him. A step in the right direction. You have called Marshal Defense Industries. Please listen to the menu options as they have recently changed. Ugh. What do I press to speak to a person? For customer service, press 1. For billing, press 2. For the complaints department, press 3. Finally. All of our operators are currently busy. Wait. Any callback number, press 1. To leave a message, press 2. To leave a death threat, press 3. Fuck you. 3. Sorry, that inbox is full. Goodbye. That's your issue. See? Tried words. Back to murder. Murder can't solve everything. You've said your mouth. I'm just saying we'll need to be able to get away. Wir brauchen unsere Hände, um zu rauszukommen. Das ist mehr kompliziert als unsere usualen Scheiße. Schau, lass uns erst zu töten Atticus töten, damit jeder kann ruhig sein, und dann kann man eine reale Lösung sein. Sieht so, wie ein W-Win-Win. Äh, nur für Atticus. Aber f*** ihn. Am ich richtig? Wow, du weißt du, du bist ein Enabler. Möw! Looks like the gang's all here Alright We're here, let's bust in and make our way to the top floor That's where shithead's office is Bring me Atticus On their side Bring them in line The saints don't belong to you The saints don't belong to you Atticus, you son of a bitch! Come down here and fight me! As much as I love to see Atticus fight his own battles for once That is not his time Then we take the elevator straight to him That's right Move it! Move into position! No! Same team! I'll stay here with the crew and hold off any reinforcements Copy that Stay safe I don't know what to do to Atticus first Punch him in the face Or kneecap him You could just shoot him Nah I wanna draw this out Make him feel it, you know? Curb stomping? Kind of a pain to haul him outside None of that will help our cause You know that, right? Then what will? We could tie it up in court In court? We're criminals Not in Marshall's books I'm sure they'll list us as a corporate acquisition Play it right and we could drag this out for years We're not waiting years Except for in this fucking elevator Seriously, what the fuck? What happened? Why'd we stop? Security lock down We're on foot from here Security lock down We're on foot from here Welcome to Marshall Defense Industries Help me grab her Help me grab her Oh To the point! And shoot! How am I gonna spit in a bullet yet? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! See? It won't take us years to get through it this way. We're not actually getting through... Oh, 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 oh... Shit, it's a trap. There's snipers on the upper floor. We should snipe them back Oh, okay Can't hide forever Where are they? Oh Ow On their side No good Take cover Fuck, those snipers are pinning us down No, I'm not dead Oh, no I'm not dead Oh, I'm not dead Oh, no, no, no No, 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 no Oh, no, no, no Oh, no, no What's the door? Fuck Do you? No I don't know I don't know I don't know Warum wird die immer diese Waffe aus? Oh, die zum Nachladen, da war ich! Ach, Mann! Es dauern uns Jahre, um es zu überlegen. Wir sind nicht wirklich überlegen... Willkommen zu Marshall Beagle. Scheiße, es ist ein Schraub. Es sind Sniper auf der Oberfläche. Wir sollten sie zurücknehmen. Das ist ein Schraub. F**k, die Sniper sind uns unterhalten. Get out of the open! Not bad. Perfekt. Wird ein Schraub. Wird sie das Schraub. Das war es, ich werde sicher nicht jemanden entsprechend spät, Hey, wenn du einen Sitzeskopf livraiert, Suche nach den Regierungsfüfungen für Dokumenten auf der Erkestschrift. Das war's für heute. 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 Wow. Das war's für heute. 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 Ja, komm. Das war's für heute. 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 We'll. Das war's für heute. Ich bin fulltimeitarre. Sag mal, die Schrotflinte...? Ist das so schön zu verstehen? Sag mal, die, das... Das... Das Mädchen will mich verarschen. Sag mal, ich hab keine Zeit für den Scheiß. Ja, jetzt müssen wir abladen, dass ich den wieder ein Komm ey, es ist doch lächerlich Ja, zu spät Wow, doch nicht Ist ja geil, dass die Waffe kaum Schaden macht Ey Leute, ich flipp gleich aus Es ist so langweilig Es ist unglaublich Ich mach kaum Schaden Er macht es jetzt ganz anders So Ist mir jetzt egal, Leute Ich will fertig werden Langsam hab ich die Stauze voll Na komm Shoot the pack Shoot the pack Leute, ich stehe direkt vor dem und der trifft mich nicht. Das ist so scheiße designed. Das ist doch, das ist doch scheiße, jetzt ganz ehrlich. Das ist doch scheiße, das ist doch scheiße. Ernst? Der kann mich eh nicht töten, anscheinend. Das Farbenkreuz soll ich auch nicht frei bewegen, ey. Meine Fresse. Da bewegt er sich weg, ist klar. Ich kann schon wieder aufhören, ey. Das ist doch scheiße, Leute. Wie kann man so Spiele auf den Markt bringen? Es hilft mich nicht, das ist einfach nur ein Ausdauerkampf. Das ist aber das scheiße Handkreuz. Ich mach keinen Schaden, ey. Ach komm, es ist doch lachhaft. Äh, Mann. Es ist wieder scheiße Handkreuz. So, jetzt heißt es wieder warten. So, danach müsste es kommen. Bisschen nach links versetzen, weil der geht nicht nach links. Sag ich ja. Dann geht's Beetle. SOMMEN! HELP! Oh! Keep the pressure on him! I feel the sepsis coming! SOMMEN! HELP! Ach, wir müssen hinter ihm! Das sagt mir kein Schwein, weißt du? Och Gott, ey! Ich wurde aber die ganze Zeit, das muss doch schneller gehen! Ich fühle mich grad so blöd, ey! Meine Fresse! Ich wusste nicht, was ich hier bin! Das wird recht! Für Atticus ist der letzte Stand! Wir machen Sie. Ich spasse, wenn ich da etwas бähigstweck finde! Ja! die ganze zeit warum zieht sich der kampf so lange die Okay, erzähl mir, wo er ist und ich ihn töre. Jetzt, nicht so schnell. Sie töten Atticus und seine Sitzung auf dem Bord werden zu seinem nächsten Kinn, der nicht helfen. Dann werde ich sie auch töten. Und dann ihre Kinn, und dann ihre. Die Marschall-Familie ist großartig und ordentlich. Sie werden niemals helfen. Aber Sie helfen mir, ihn auf dem Bord, und ich schraue dich richtig gut. Also, wie machen wir das? Wenn Sie sich Atticus fühlen, dann wird die Unternehmen sinken. Die Kinn, die Bord werden panisch, und die Bord haben keine Wahl, aber zu verändern. Das ist, wenn ich wieder und die Sitzung zurückgebegebe. Okay, du hast ihn einen Deal. Hm. Schade, ich war ein bisschen höher gleich. Dann können wir das Abfindungsabgebot. Dann können wir das Abfindungsabgebot. Also, das Gaming News Video, wie gesagt, dieser Hinsicht, werde ich sobald jetzt jeden Sonntag aufnehmen. Immer so was im Verlauf der Woche passiert. Während der Gamescom oder E3 können die Videos mehr sein. Ich habe mich über Kata im Allgemeinen noch nicht so ganz informiert. Aber man muss auch wissen bei mir, ich habe momentan, hole ich mein Abi per Abendschule nach. Und umgekehrt, in dieser Hinsicht, gebe ich dafür auch sehr viel Geld aus. Das heißt, in anderen Worten, meine Preisklasse pro Monat ist nicht gerade hoch. Weil wenn ein Kata jetzt, ich sage jetzt mal, pro Überarbeitsvideo 50 Euro nimmt, dann kann ich das vergessen. Dann würde ich eher hingehen und mir selber aneignen, wie ich halt kate. Weil ich kann den Typen dann nicht bezahlen. Das ist schlicht und ergreifend so. Weil momentan vom jetzigen Stadt habe ich das Geld dafür nicht. Das ist das eine. Zum anderen werde ich diese Gaming News Videos, ich sage es jetzt mal, mit den groben Sachen, dieses Video soll auch nicht länger als 7 Minuten sein, werde ich, wie gesagt, jeden Sonntag dann hochladen. Wie gesagt, das muss man editieren und im besten Fall auch bearbeiten. Da gebe ich dir schon recht. Aber wie gesagt, da muss ich eher ein Schnittprogramm mir holen und es mir selber beibringen. Es kommt darauf halt an, wie viel Kata nehmen. Weil, wie gesagt, ich habe kein großes Budget momentan. Und das würde ich auch für die nächsten drei Jahre nicht ändern, bis mein Abitur dann abgeschlossen ist. Deswegen, also wie gesagt, ich weiß deine Ratschläge zu schätzen. Aber, wie eigentlich erwähnt, ich muss es auch bezahlen können. In dieser Hinsicht, wie gesagt, mit den Übergängen, das müsste man ja eigentlich editieren können. Also dementsprechend und mit dem Schnittprogramm, du hast mir ja letztes Mal ein paar empfohlen, müsste ich das ja halt bearbeiten können. Aber wie gesagt, es gibt jetzt richtige Thumbnails. Und ich habe in dieser Hinsicht, wie gesagt, zu jedem Part richtig Kapitel reingesetzt. Also wie gesagt, ich weiß deine Tipps da schon zu schätzen. Aber wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, ein paar Dinge sind nicht änderbar. Zum einen, weil es budgetmäßig nicht reinpasst. Und zum anderen, weil wie geeignet erwähnt, ich bestimmte Sachen so lassen will. Zum Beispiel auch die Sache mit den Parts. Meine Parts sollen immer um den Dreh zwei Stunden gehen. Weil ich finde ein Stunden Parts einfach zu wenig. Wenn die Leute es da nicht angucken, dann ist das halt so, das nehme ich dann halt in Kauf. Klingt jetzt zwar hart, aber das ist mein Ding einfach geworden. Weil für eine Stunde werde ich nicht streamen. Weil das geht mir so, das ist mir einfach zu schnell. Ich weiß, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Die Leute wollen schnell und kurz haben. Aber so spiele ich halt nicht. Aber wie gesagt, generell Videos bearbeiten. Videos cutten, schneiden, dass sie besser ins Gesamtbild passen. Warum nicht? Also wie gesagt, du kannst mir auf jeden Fall mal, wenn wir das nächste Mal sprechen, halt mit, wie heißt es jetzt nochmal, können wir nochmal in Ruhe darüber reden? Und in dieser Hinsicht halt, was für Schnittprogramme du mir empfehlst. Oder du kannst mich an einen Cutter wenden, falls du einen kennst, der bezahlbar ist. Aber das ist halt der Stand der Dinge momentan. Wie gesagt, danke nochmal für deine Hilfe. Und wie gesagt, wir können in der Verlauf der nächsten Woche gerne mal quatschen. Bis dann, ciao. Ciao. All right, Team, we are going. Status. I'll tell Atticus to the next call. I'm getting ready to give a press conference. Good. I want his reaction on film. Who's next? I'm a hanging boss. They're ready to help us hack into the Marshall Tank. Have him limber up those fingers. Eli? I'm all cops. I'm watching the market, and I'm already short of the stock. I don't know what that means, but it sounds good. I'll go get the tank and start blowing shit up. Das ist schlicht und ergreifend so, weil momentan von jetzt in der Stadt habe ich das Geld dafür nicht. Das ist das eine. Zum anderen werden diese Gaming News Videos, ich sage es jetzt mal, mit den groben Sachen, die Videos auch nicht länger als die Minuten sein, werde ich, wie gesagt, jeden Sonntag dann hochladen. Wie gesagt, das muss man indizieren und den besten Fallen bearbeiten, da gebe ich dir schon recht. Aber wie gesagt, da muss ich eher ein Schnittprogramm hier holen und es mir selber beibringen. Es kommt darauf an, wie viel Cutter nehmen. Weil wie gesagt, ich habe kein großes Budget momentan und das wird auf die nächsten drei Jahre nicht ändern, bis mein Abitur dann abgeschlossen ist. Deswegen, also wie gesagt, ich weiß, deine Ratschläge zu schätzen, aber wie eingangs erwähnt, ich muss es auch bezahlen können. In dieser Hinsicht, wie gesagt, mit den Übergängen, das muss man ja eigentlich editieren können. Also wenn wir sprechen, durch das Schnittprogramm, wenn du mit dem letzten Fahrrad vorhin, müsste ich das ja bearbeiten können. Aber wie gesagt, es gibt richtige Thumbnails und ich habe in dieser Hinsicht, wie gesagt, jede Fahrräder gesagt, jede Fahrräder gesagt, jede Fahrräder gesagt, so, hier ist etwas, was du schon zu schätzen. So, hier ist etwas, was du schon zu schätzen. Hey, Asshole! Hier ist es, Sch***! Was ist das YouTube-Einig? Also wie gesagt, du kannst ja auf jeden Fall mal über dich versprechen. Halt mit, ähm, wie heißt es, nochmal können wir nochmal in Ruhe darüber reden. Ich muss mich an die Pflicht, halt, was für den Programm geht. Oder du kannst mich an einen Katast melden, also einen Chat, der mir zahlbar ist. Aber das ist halt, ich dachte, die wir uns haben. Wie gesagt, danke nochmal für deine Hilfe und wie gesagt, wir können uns laufend nächste Woche gerne mal kutschen. Bis dann, ciao. Das ist richtig. Okay. Das ist da. Natürlich müssen wir auf den Panzer warten. Das war einfach. Das war einfach. Ja, wenn ich die Schienball hängen bleiben würde. Was? Okay. Hier ist ein Ton zu zerstören. 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 Abfindungsangebot abgeschlossen. Juhu! Okay. So meine Freunde, ich habe das Gefühl, alles klar. Gut, der nächste Part wird definitiv das Sinade sein, weil Afterparty ist das Ende. Das ist die Party, die wir im Promolog gesehen haben und dann werden wir wahrscheinlich das Spiel beendet haben. Gott sei Dank, weil es langweilt mich jetzt nicht zu Tode. Like und abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Es sei das, was nicht. Wir sehen uns im Finale, meine Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es hat so fandet. Ihr habt meine Meinung ja schon oft genug gehört. Bis zum nächsten Mal. Euer Leibdak. Das haut rein. Machts gut. Ciao. To drs. Lie perhaps bei monitorieren. feelings und Aware. '. Ich live noch etwas.